Ich liebe das Recht auf freie Meinungsweißerung. Und ich freue mich, dass auch ärmere Leute studieren können. Ich finde es schön, dass Deutschland so grün ist. Und ich mag, dass es so viele unterschiedliche Fernsehsender gibt, die so unterschiedlich zeigen, wie es in der Welt zugeht. Hast du schon Schwarzbrot gesagt? Ah, Brot. Und die Tatsache, dass Menschen, die alt und krank sind oder sonst nicht für sich selber sorgen können, die nicht irgendwo ausgesetzt werden können, dass es ein System geben kann, was sie aufwendig sind. Ich freue mich, dass man in Deutschland eigentlich tragen kann und leben kann. Das auch, weil ich nicht liebe, gleichgeschlechtliche Menschen heiraten können in Deutschland. Ich finde es schön, dass ich, wenn ich auf dem Fußgängerweg laufe, nicht Angst haben muss, gehen wollen. Deutschland hat so wunderschöne Museen. Ich mag die Museen Deutschlands wirklich sehr. Ja, die mag ich auch. Sommerferien finde ich gut. Ich finde es schön, dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen. Dass wir versuchen, eine einigermaßen Bildungsgleichheit zwischen verschiedenen... Und die ganz viel Arbeit und den Menschen... Ich freue mich, dass mein Edeka das 24 Uhr aufhat. Weil Menschen, auch wenn sie sich in Jugendlichen, in ihrem Wohnen wohnen sind, ich mag es eben, ich mag es gerne, dass sie es arbeiten dann nicht... Und damit allen anderen scheiden kann ich trotzdem behandelt werden. Und die Tatsache, dass Menschen, die alt und... Und die Tatsache, dass Menschen, die Tatsache, 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 die